Herzlich Willkommen zurück zu Dust an Elysium Tale, immer noch stimmlich angeklagen, das können wir schon hin. Wir sehen jetzt auch zur Suche nach Kunstwerken, die in alten Hüllen versteckt sind. Wir müssen kein sein. Ah, hier. Hier, hier! Hier, hier! Wie lange muss man verkaufen gehen? Wir brauchen nämlich ganz dringend wieder ein Steinchen. Oh, kacke! Ich schau mir jetzt mal unsere auf 9 runterfahren, vielleicht. Mist, 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 Mist! Wie lange verkaufen wir uns alle 25, bringt zwar fast nix, aber... Wir brauchen noch einen Moment mehr. Wir brauchen noch einen Moment mehr. Ich könnte jetzt schon mal so schnell etwas probieren. Wenn je mich noch mal probieren musste, ist es Idee! Ich bin schon mal sicher, wenn ich so heiße. Ich bin schon mal gesehen. Ich bin schon mal so schnell. Und wie jetzt ist das schon mal? Ah, kommt nett. So, dann haben wir jetzt einen Haufen Schlüssel, haben wir jetzt alles in der Hügel gefunden. Woher hinauf gehen wir nicht, oder? Nein, dort anwesend ist, darin ist anwesend. Okay. Okay. Rein, rein. Okay, kaputt, okay, kaputt. Okay. 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 Ja! Ich wollte nur sehr viel Stützlinge machen, es sollten irgendwo 15 von diesen Gefährten rumliegen. Also von diesen vierjährigen Balken, ich glaube, Meat Boy nennen sie das. Jetzt müssen wir ganz dezent gucken, wo haben wir jetzt eigentlich... Ja, altes Gemälde, persönliches Targetbuch, genau. Ich weiß es nicht. 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 Sollte Oh, ich kann es hier weg. Ich schau mal, wir brauchen wieder Hilden. Ich denke inzwischen, dass es bei manchen Sachen geht. Ich schau mal, ich schau mal, ich schau mal. Ich würde etwas kaufen. Ich schau mal, ich schau mal. Ich denke, ich bin ein Wieskuhl. Ich bin nicht in dieser Spiegel. Ich bin nicht in dieser Spiegel. Hmph. Okay, zwei von vier Gegenständen haben wir. Ah. Nein. 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 Der Blastig! Kup. Okay, wo man nichts erzögert würde. Er muss mit dem Dorf Arora. Er muss mit dem Dorf Arora. Er muss mit dem Dorf Arora. Ach genau, ich habe die Materialien für den anderen hochgenommen. Hier sind die Materialien, die du gefragt hast, Fail. Great! Hier ist dein Payment. Danke, Dost. Mhm. Mhm. Okay. Das ist ein Schützenpasswort. Ja, das ist gut. 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 Okay. Das kann ich mir nicht verkaufen. Ich muss nicht kommen. Ja, das ist gut. Wie viel brauche ich von dem? Ja, das ist gut. Oh, nein. 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 Nichts. Das ist gut. Ich werde das auf der Bade hervorrunde in der Thür. Oder. Ah. Ja, das ist gut. Oh, nein. Schnell. Oh, nein. Ah, super. I have the best selection. You honor us with your pay- Thank you. Empfehle uns deinen Freunden den Reichen. Jetzt stürzen wir wieder durchlaufen. Schauen wir noch, ob wir beim versteckten Heim die Tussi von einem anderen finden. Aber das in der nächsten Episode. Danke, Öhrchen. Tschüss.